Herr Küthe, vielleicht können Sie noch einmal kurz zusammenfassen, wie man als Apothekeninhaber oder Inhaberin trotz einer Anmeldung des Insolvenzverfahrens positiv bleiben kann. Zunächst einmal, das hatte ich geschildert, wurde ja vom Gericht, von dem zuständigen Amtsgericht geprüft, ob ein Eigenverwaltungsverfahren im vorliegenden Fall geeignet ist. Und wenn das der Fall ist und man bekommt die gewünschte Verfahrensart der Eigenverwaltung, dann ist schon mal von externer Seite auch geprüft worden, ob das Sanierungskonzept tragfähig ist. Dazu muss man nämlich dem Gericht etwas schreiben. Das Sanierungskonzept muss auch schon, sage ich mal, leicht umgesetzt sein in den ersten Zügen. Und dann kann man also schon von gerichtlicher Seite bestätigt eigentlich zuversichtlich sein, dass es also funktionieren kann. Die Eigenverwaltung ist nicht so einfach zu bekommen. Es gibt etwas erhöhte Eintrittsvoraussetzungen dafür. Aber das Wichtigste neben dieser, sage ich mal, gerichtlichen Symbolik, was auch eine wirklich echte juristische Zulässigkeitsvoraussetzung ist, ist die Tatsache, dass es jemanden gibt, eine Apothekerin oder einen Apotheker, der sich um seine Belange kümmert. Der hat noch offensichtlich eine Fortführungswilligkeit oder eine Restrukturierungswilligkeit und offensichtlich auch eine Fähigkeit, weil das geben die Zahlen her. Wenn man zu lange wartet, ist eine Eigenverwaltung kaum mehr abbildbar. Und wenn man sie nicht bekommt, in der Regel Insolvenz muss der Apothekenbetrieb im Grunde geschlossen werden. Also deswegen, derjenige, der das versteht, der war vorher rechtzeitig beim Berater. Dann hat man gemeinsam geprüft, ob die Eigenverwaltung das Richtige ist. Und wenn das der Fall ist, gibt es externe wie interne Gründe. Und vor allem hat man einen Apotheker oder eine Apothekerin an seiner Seite, die will noch was erreichen. Die kümmert sich um ihre Belange. Und das erlebe ich auch, dass das manchmal nicht mehr der Fall ist. Warum ist es denn so besonders wichtig, dass die Apothekeninhaber und Inhaberinnen so schnell wie möglich handeln? Weil der Handlungsspielraum allein von der Liquiditätsseite zusehends eingeschränkt wird. Und die Liquiditätskrise, die ist immer kurz vor der Insolvenz. Und wenn der Großhandel nicht mehr bezahlt ist, eine Rechnung ist geplatzt oder eine zweite möglicherweise. Und das erste konnte man vielleicht noch kompensieren durch eine Sicherheit auf der oder auf jener Seite. Wenn die Liquidität nicht mehr da ist, dann hat man keine Chance mehr zu gestalten. Und je weiter man ins Vorfeld geht, in die Krisenstadien, die ich vorhin beschrieben habe, desto mehr sage ich mal Spielraum ist noch in der Kontokorrentlinie. Wenn man in einer Situation mit dem Großhandel verhandelt und um Hilfe bittet, wo noch keine Großhandelsrechnung geplatzt ist, dann hat das eine viel bessere Chance zu gelingen, als wenn es eben die umgekehrte Situation ist.